Jetzt wird's gespuckt. Ja, das gefällt Ihnen jetzt auch gerade so gar nicht. So dieses Spucken ist erst mal so der erste, jetzt geh nicht weiter, komm nicht her, bleib mir fern. Und es ist gut, wenn du nicht dazwischen stehst. Es riecht im Prinzip, wie kann man es denn beschreiben? Es ist einfach säuerlich. Säuerlich, abbrochenes. Mit Heu gemischt. Ja, genau. Das Heu gibt noch die gute Note. Schön grüß. Heftige Speichelattacken. Wenn's jetzt weitergeht, dann muss man so trennen. Ja, wir warten mal ab.